Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und ich habe endlich eine Profi-Drohne! Yeah! Nun ja, ich werde mal in einer Woche oder in zwei Wochen das Ding mal antesten. Diese Profi-Drohne fliegt etwas höher als diese Drohne hier. Das ist ja die Simulus-Drohne, keine Ahnung wie die genau heißt. Die hier hat 80 Euro gekostet und die, ja das Ding, das hat so viel gekostet wie eine PlayStation 3. 299 Euro. Mit Fernbedienung, 500 Meter Funkreichweite und Display. Geil! Yeah! YouTube Gamescom! Yeah! Was habe ich hier noch? Eine VR-Brille! Geiles Teil! Ach, ich freue mich. Hier. Hier könnt ihr es kaufen. Kauft euch die Simulus-Drohne GH60, bla bla bla. Nee, Spaß. Ich freue mich so. Packe ich aber erst Weihnachten aus.